Fans hatten es geahnt, Liebesaus bei Coupléontour. Berlin, mit einem kryptischen Video befeuerten sie selber noch Gerüchte, jetzt haben sich die Befürchtungen bestätigt, Ina, 28, und Vanessa, 27, besser bekannt als Coupléontour, sind kein Paar mehr. So habe sich einiges verändert. Wir sind noch nicht bereit, darüber zu reden. Aber melden uns, sobald wir es können, teilten die Netzbekanntheiten bei TikTok mit. Einige Tage später war es schließlich soweit, manchmal nimmt das Leben unerwartete Wendungen ein. Auch wenn das jetzt verdammt schmerzhaft ist, werden wir getrennte Wege gehen und uns trennen, bestätigen sie auf Instagram das Liebesaus. Seit November 2016 waren die zwei, die sich schon seit Schultagen kennen, ein Paar. 2021 gaben sie sich das Jahrwort, ein Jahr später erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Doch auch ein Schicksalsschlag stellte das Paar vor einer großen Herausforderung. Ina erlitt nur zwei Tage vor der Geburt einen Schlaganfall, musste das Sprechen neu lernen und lag fast ein Jahr im Krankenhaus. Nach vielen wunderbaren Jahren als Paar haben wir festgestellt, dass es Zeit ist, uns neu zu orientieren und uns auf unsere eigenen, individuellen Reisen zu konzentrieren, so dass Ex-Paar, die in einem YouTube-Video noch konkreter werden. Demnach haben sie versucht, mit einer Paartherapie die Liebeskrise zu überwinden, mussten sich aber eingestehen, dass sich jeder weiterentwickelt habe, allerdings nicht als Paar. Nur jeder für sich. Eine Folge hat die Trennung auch für den erfolgreichen Instagram-Kanal, der existiert zwar weiterhin, wird aber nicht mehr bespielt. Stattdessen haben beide einen eigenen Account. Sie gehen damit auch online getrennte Wege. Stattdessen haben beide einen Tag, der sich hanno in Ordnung bei dem Auftrag. Sie gehen damit auch im dást uh, als Paar Karl mit einem Ort, der sich mit einer Reisenkunde be贈 abilitiesen, ist es weil man siehst, nicht mehr Anybody so nicht? Die Karte ist in Ordnung.